Du wirst nur ein richtiger Schweizer sein, auch wenn du das Schweizer auf 18 fliegst. Das werden wir nicht schaffen. Aber du fliegst tiefer in die Schweizer. So, ein Gast und ein Teilnehmer aus der Schweiz mit einer megamäßig motorisierten Mirage, würde ich sagen, vom Start in eine Kampfrolle. Phänomenal. Und jetzt bereits im Anflug von rechts superflatt unterwegs. Ja, das ist keine Mirage. Bist mir drücken, wir haben dort unterwegs, ne? Das ist der große Grabnerlein, das ist der perfil jetzt. Sehr schönes Rollo, sehr schön vorgeflogen. Wir sind auf engstem Raum mit hoher Anstellung. Jetzt ist er über High Speed im Anflug. Wir gehen links. High Speed im Anflug. Und jetzt sind wir neugierig. Auf eine Erlandung. Auf eine hoffentlich perfekte Erlandung im Anflug. Und jetzt ein Ende am Flug. Ausgelegt auf den weißen Streifen in der Mitte. Und dann wunderschön rein. Ja. Perfekt. Super. Bravo. Super. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020